Wir sind jetzt gerade wieder da. Wir waren in Grevesmühlen, haben den Code abgegeben oder den Stuhlgang, haben 15 Minuten gewartet und sind dann mit dem Bus 7.47 Uhr wieder zurück. Also 6.51 Uhr sind wir hingefahren und 7.47 Uhr sind wir wieder zurück. Für nichts und wieder nichts haben wir dann einfach mal so 12,90 Euro ausgegeben. Weil wenn du mit Kind fährst, ist es am besten, wenn du eine Tageskarte nimmst, hin- und rückfahrt, sonst kommst du noch teurer. Ja, so ist das. So macht Frau Merkel uns das Geld locker und andere Leute auch. Ich wünsche euch viel Spaß bei den FFP2-Masken. Die Blaumasken, die ich habe, da sind bis heute keine Filter da, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich eine Frechheit. Ich habe für diese Masken, für zwei Masken, für mich und mein Kind 17 Euro bezahlt. Und da sind noch nicht mal Filter für da. Also das kann es ja wohl nicht sein. Was das alles noch werden soll, Frau Schwesig und Frau Merkel zanken sich ja, dass die Kinder gequält werden. Weil sie nicht in die Schule können. Frau Merkel streitet das ab. Das steht heute auch in der Bild drin. Naja, streitet euch mal alle rum. Aber denkt bloß nicht mal an die kranken Menschen, die wirklich was mit dem Magen haben oder mit den Zähnen, einen Zahn-OP oder dieses oder jenes. Bloß nicht. Ja. Und irgendwie scheint es allen noch zu gut zu gehen, weil der andere Mensch auch nicht mehr interessiert irgendwo. Naja, so ist es halt. Das merkt man halt. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Also jetzt habe ich das abgegeben. Und weil meine Gesundheit ist mir wichtig. Ich lasse mich nicht so leicht um die Ecke bringen von euch. Und dann werde ich ja feststellen, was da ist. Ob da nun Helicobax da drin ist oder nicht. Und dann werde ich wohl Antibiotikum schlücken müssen. Und bis zur Magenspiegelung muss ich ja noch warten. Man kann nur hoffen, dass man nichts Schlimmes hat. Aber ich trau den Leuten hier nicht mehr richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon beschämt und traurig, was hier abgeht. Wenn man sich das überlegt wegen 15 Minuten. Man fährt da hin, steckt das in den Körbchen rein, kann ja nicht zurück, weil der Bus fährt ja erst 7.47 Uhr wieder zurück. Und die Psychiatrie, die daneben ist, die Tagesklinik, gucken sich alle blöd an. Hä, was suchen die denn schon hier? Warum sitzen die denn schon hier? Warum ist eigentlich die Psychiatrie noch offen und die Tagesklinik? Das verstehe ich eigentlich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die dürfen immer noch dahin gehen? Ich dachte, wir haben Corona. Da sind die doch auch alle dicht zusammen. So werden Unterschiede gemacht. Naja, so ist das halt. Okay, dann schönen Tag noch.